Donald Trump könnte Bitcoin auf 90.000 US-Dollar bringen. Bitcoin ist ein Trump-Trade, das behaupten die Analysten des Research- und Brokerhauses Bernstein. Laut Bernstein werde der Ausgang der US-Präsidentschaftswahlen im November das Schicksal der Branche bestimmen. Trump sprach sich mehrfach zugunsten von Kryptowährungen aus und will die USA zur Bitcoin-Hauptstadt der Welt machen. Bei einem Sieg Trumps erwarten die Bernstein-Analysten einen bullischen Effekt für den Bitcoin-Kurs. Bitcoin könnte neue Höchststände erreichen und bis zum Ende des vierten Quartals bei 80.000 bis 90.000 US-Dollar stehen. Im Falle eines demokratischen Sieges könnte der Bitcoin-Kurs hingegen auf den Bereich von 30.000 bis 40.000 US-Dollar zurückfallen. Derzeit handelt Bitcoin bei rund 57.000 US-Dollar und konnte im Vergleich zum Vortag um etwa 3,48% zulegen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.